Vielen Dank, Frau Winzer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie gekommen sind zur Vorstellung unseres zweiten Corona-Papiers. Ich sage das nicht ohne Stolz, dass die AfD-Fraktion im Tünger Landtag war, die zu den ersten gehörte, die sich hier auf diesem neuen Politikfeld positioniert hat, Mitte April diesen Jahres schon. Jetzt legen wir unser zweites vor. Zehn Monate Corona-Sonderzustand in Deutschland. Wir haben vieles ausgewertet, viele Erkenntnisse, die wir in den letzten Monaten gewonnen haben, sind in dieses Papier eingeflossen. Ich habe es schon im April getan, ich tue es heute auch noch mal. Als Corona in Anführungszeichen, also SARS-CoV-2, auftauchte in Deutschland im Februar diesen Jahres, da wussten wir alle nicht genau, was hat es mit diesem neuartigen Virus auf sich. Ist es hochgefährlich, ist es eher ein Grippevirus? Am Anfang war die etablierte Politik auf der Linie, das alles zu verharmlosen. Auch in Thüringen wurde das so gehandhabt. Und dann hat man eine 180-Grad-Wende durchgeführt und hat Corona zu einem Killer-Virus aufgeblasen, muss ich sagen. Das ist jedenfalls meine Bewertung. Und diesen Weg hat man leider bis heute zum Schaden des Landes, zum Schaden der Wirtschaft vor allen Dingen, zum Schaden der Demokratie in Deutschland nicht mehr verlassen. Nochmal, Anfang des Jahres war einiges zu rechtfertigen. Wir wussten alle nicht, was los ist. Heute sieht es anders aus. Heute müssen wir konstatieren, dass die Corona-Politik der etablierten Parteien total gescheitert ist. Und wir haben bereits Mitte April in unserem ersten Corona-Papier festgestellt, dass die massiven Grundrechtseinschränkungen und die bewusst in Kauf genommene Schädigung der Wirtschaft nicht notwendig gewesen wären. Dieser Satz, der gilt heute noch viel mehr. Das ist uns jedenfalls klar, weil die etablierte Politik, wie ich das gerade schon angedeutet habe, weiter in die falsche Richtung läuft und keine Anzeichen vorhanden sind, dass wirklich ein Undenken stattfindet. Die Corona-Politik ist ein einziges Desaster in unseren Augen und wir haben deswegen auch ein Credo der Freiheit heute mit diesem Corona-Papier, dem zweiten Corona-Papier in die Öffentlichkeit bringen wollen. Deswegen heißt der Titel auch Freiheit statt Corona-Angst. Also der Titel ist tatsächlich unser Programm. Alle Zahlen, die wir in den letzten Monaten ausgewertet haben und wir haben zum Thema Corona auch eine große Anfrage an die Thüringer Landessicherung gestellt. Die Antwort kam, wenn auch verzögert, vor kurzem. Alle Zahlen belegen, dass SARS-CoV-2 nicht gefährlicher ist als ein gewöhnliches Grippevirus. Ja, es kann für einige Risikogruppen tatsächlich lebensbedrohlich sein. Das leugnet auch keiner. Da stellt auch keiner in Abrede. Aber Fakt ist auch, dass gerade die jüngere und die mittlere Alterskohorte praktisch gar nicht von diesem Corona-Erreger betroffen ist und nur in den seltensten Fällen tatsächlich dort beklagenswerte Verläufe beobachtet werden können. Fakt ist auch, es gibt keine größere oder höhere Mortalität als bei der gewöhnlichen Grippe. An der Stelle kann man sich irgendwie mal fragen, wo ist eigentlich die Grippe geblieben? Ja, ich hörte, dass die WHO sogar die Grippestatistik für dieses Jahr ausgesetzt hat. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und der Herr Drosten, der Haus und Hof-Virologe der Bundesregierung, bereitet die Bevölkerung jetzt schon über die Medien auf die nächste große Pandemie vor. Ich glaube, die soll MERS heißen. Also eine Gesellschaft wird im Dauererregungszustand, im Dauerangstzustand gehalten. Und das ist auch keine gute und keine kluge und auch keine vernunftbasierte Politik. In unseren Augen ist die Politik der Angst tatsächlich halt unverantwortlich zu bezeichnen. Die Auswirkungen, die sind unübersehbar. Wir haben eine breite Depressionslage und Neigung in der Bevölkerung, in der allgemeinen, eine allgemeine Lage, die als depressionslastig zu bezeichnen ist. Besonders sorge ich mich natürlich auch um die Kinder und Jugendlichen. Ich bin ja selbst 15 Jahre Lehrer gewesen. Ich weiß, was in den Schulen jetzt gerade los ist. Ich habe vier schulfichtige Kinder. Es gibt eindeutige medizinische Befunde. Die wird auch mein Kollege Wolfgang Lauarbeit gleich noch mal kurz vorstellen, dass die Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Monaten signifikant zugenommen haben. Wir haben einen enormen Druck auch durch die Politik verursacht auf die Impfstoffentwickler. Jetzt soll nach lediglich zwölfmonatiger Entwicklungsphase ein Impfstoff auf den Markt gebracht werden. Wir bezweifeln, ob dieser Impfstoff wirklich sicher sein kann. Wir sind gegen eine allgemeine Impfpflicht, auch gegen eine indirekte allgemeine Impfpflicht. Da sage ich vor dem Hintergrund, dass jetzt schon die erste Fluggesellschaft angekündigt hat, Passagiere nur dann zu transportieren in Zukunft, wenn die Impfung gegen Covid 19 erfolgt ist. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind mittlerweile für jeden erkennbar. Sie sind dramatisch. Dazu wird dann mein Kollege Jens Kotter noch ausführen. Und was mir besonders Sorgen bereitet, ist die Transformation der Demokratie, die wir gerade als Oppositionspartei und Oppositionsfraktion in den letzten Monaten, Wochen und Tagen erleben mussten. Ich will gar nicht einordnen oder beurteilen, ob das jetzt gewollt oder nicht gewollt ist oder ungewollt ist. Aber Fakt ist einfach, dass die Parlamentsarbeit stark beeinträchtigt ist. Einzelbesucher oder auch Schulklassen können bei den Plenardebatten nicht mehr zugegen sein. Parteitage werden in Reihe abgesagt. Wir haben zwar ihn durchgeführt, aber unter sehr, sehr scharfen Auflagen und mit einem enormen Kraftaufwand war das nur möglich. Das ist sicherlich keine freie Entwicklung einer Partei. Die Öffentlichkeitsarbeit ist stark reduziert. Das sage ich gerade als Führer einer Oppositionsfraktion. Wir sind darauf angewiesen, rauszugehen, unsere Botschaften auch über Bürgerdialoge, über Familienfeiern und so weiter, Feste zu vermitteln. Alles das ist uns nicht möglich. Ich selbst habe seit acht Monaten keinen Bürgerdialog mehr gemacht. Ich habe in den Jahren davor viele, viele Bürgerdialoge gemacht, stellenweise mit 200, 300, 350 Besuchern. Alles das ist unter Corona-Bedingungen nicht mehr möglich. Also wir sind wirklich massiv ausgebremst als Opposition. Und was auch sehr tragisch ist, ist die Spaltung der Gesellschaft, die man konstatieren muss, auch produziert durch die etablierte Politik, nämlich in diejenigen, die folgsam alle Maßnahmen der Regierung uninterfragt umsetzen und diejenigen, die Zweifel haben, wissenschaftlich begründet auch Zweifel haben. Die werden als Corona-Skeptiker, Corona-Leugner und manchmal leider sogar auch als Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten betitelt. Eine schlechte Entwicklung, eine schlimme Entwicklung, für die die etablierte Politik leider auch überwiegend verantwortlich ist. Und für Gindemokraten besonders einschneidend ist das Erlebnis, dass man einfach auch nicht mehr öffentlich ungestört demonstrieren kann, sondern auch nur noch unter Auflagen. Die Maßnahmen, die die Regierung beschlossen haben, und wir haben ja heute das neue Maßnahmenpaket wahrnehmen dürfen oder müssen, das von der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten jetzt veröffentlicht worden ist, sind in unseren Augen völlig unverhältnismäßig. Und wenn wir mal einfach mal ein paar Zahlen noch mal zur Kenntnis nehmen, ich habe hier eine ganz interessante Kurve, die jetzt sicherlich zu klein ist, als das in der Kamera eingefangen werden könnte, aber die zeigt einfach mal die unterschiedliche Entwicklung der Corona-Pandemie in Afrika und Europa. Und interessant ist, dass Europa bekanntlicherweise nur die Hälfte der Einwohner Afrikas hat, nämlich ganz Europa, also nicht nur EU-Europa, sondern ganz Europa etwa 750 Millionen. Afrika ist im Augenblick bei über 1,3 Milliarden. Und trotzdem hat Europa 4,2-mal so viele Corona-Fälle wie Afrika. Man kann also aufgrund der Gesellschaft zahlen, und davon gibt es viele Beispiele, tatsächlich von einer herbeigetesteten Pandemie sprechen. Ich habe mal eine interessante Einordnung dazugehört, die ich sehr zielführend fand, nämlich dass Corona vielleicht die erste Pandemie der Weltgeschichte ist, von der niemand Kenntnis nehmen würde, wenn es keine Tests gäbe, wenn nicht getestet wurde. So kann man das tatsächlich sehen. Zum Schluss die klare Botschaft. Wir wollen, dass die Maßnahmen, die unverhältnismäßigen Maßnahmen sofort zurückgenommen werden, dass den Menschen die Freiheit zurückgegeben wird. Wir brauchen die Verlagerung der Verantwortlichkeit vom Staat auf den Einzelnen. Wir sagen ja zum Schutz von Risikogruppen, selbstverständlich, aber grundsätzlich muss die Freiheit wieder gewährt werden. Jemand, der in Sorge um seine Gesundheit ist, der wird nicht reisen, der wird keine Massenveranstaltungen besuchen, der wird keine Demonstrationen besuchen und so weiter. Das wird er aus Eigenverantwortung nicht tun. Aber das muss man den Menschen freistellen. Jeder ist letztlich selbst verantwortlich für seine Gesundheit. Für den Großteil der Bevölkerung reicht es, eine Etikette zu kommunizieren. Das sollte die Regierung tun. Wie in jeder Grippe-Epidemie soll es sicherlich Hygieneregeln geben, die man befolgen sollte. Aber Zwang lehnen wir tatsächlich ab. Ja, wir brauchen viel mehr Mut zur Freiheit in diesem Land wieder. Das ist unser Plädoyer, oder mein Plädoyer zum Schluss. Sonst kommt tatsächlich Wohlstand, Demokratie und letztlich auch die Freiheit unter die Räder. Ja, vielen Dank erstmal bis dahin. Jetzt übergebe ich zunächst an den Mediziner. Ich hätte vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Wenn man jetzt mal das betrachtet wie jedes Jahr als normale Grippewelle, dann schützt sich ja jeder selber schon, wenn er denkt, er setzt sich einer Gefahr aus, geht nicht zu Menschenansammlungen. Und wie gesagt, die Alten und Patienten mit Vorerkrankungen, die müssen besonders geschützt werden, ohne Zweifel. Aber wir haben doch in Deutschland, in Stuttgart im Mai eine Großdemonstration gehabt von Querdenken. Wir haben in Berlin die Großdemonstration Black Lives Matter gehabt. Dann haben wir in Berlin am 1. August und am 29. August von Querdenken, wo Hunderttausende dabei waren. Und dann haben wir jetzt auch anderswo ständig große Menschenansammlungen gehabt, wo auch die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden, wo die Maskenpflicht nicht durchgezogen wurde. Und man hätte doch erwarten müssen, nach dieser theoretischen Grundlage, die seit Monaten propagiert wird, dass es da zu Ausbrüchen von Corona gekommen wäre. Fallzahlanstieg, beziehungsweise Tests, positive Teste wären mehr gewesen oder Erkrankungszahlen oder Todeszahlen. Es ist nichts passiert. Einen besseren Praxistest kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, der Staat möchte ja immer gerne einspringen und möchte dann Hilfen anbieten. Die Soforthilfen in Thüringen wurde ja oft bewiesen, dass die nicht funktioniert haben. Zum Beispiel zuletzt diese 29,5 Millionen Kulturförderung. Gestern stand ja in der Zeitung, dass da nur 2,5 Millionen bewilligt wurden. Liegt einfach daran, dass es für Unternehmen auch einfacher ist, also Theater, die Leute in Kurzarbeit zu schicken. Weiter belastet es halt die Sozialkassen durch das Kurzarbeitergeld. Ist auch nur eine Verschiebung der Belastung. Sehen wir auch kritisch. Es wird auch in Zukunft nicht möglich sein, dass das Thüringen das Geld mit einer Gießkanne verteilt. Denn uns muss ja allen klar sein, das, was da ausgeschüttet wird, das sind keine Rücklagen. Da wird Geld ausgeschüttet auf Basis von Krediten. Und wir müssen ja uns auch mal klar sein, wer soll denn diese höheren Schulden irgendwann bezahlen? In Thüringen kommt ja dieses demografische Problem noch dazu. Was passiert, wenn zukünftig wieder Zinsen steigen? Oder unsere Ausbildungssysteme? Ich bin ja vorhin auf die Fachkräfteproblematik eingegangen. Wenn jetzt keine Schule stattfindet, was sollen denn jetzt für Azubis nachkommen? Das ist wirklich dramatisch. Ja, dazu kommt, dass sehr viel Geld für Migration und ideologische Projekte derzeit ausgegeben wird, wo man fragt, warum fließt das nicht erstmal in die Wirtschaft bzw. in den eigenen Wirtschaftskreislauf Thüringens? Tja, wie will man das lösen? Inflation, höhere Steuern, einmalige Sonderausgaben, Spannensenteignung. Wir leben aus der Substanz. Wir leben aus der Substanz oder Hypotheken auf Immobilien. Das hatten wir schon mal. Eine Volkswirtschaft, die nur auf Krediten aus gedrucktem Papier besteht, ist ohne Fundament und alles andere als nachhaltig. Wir hatten ja im Frühjahr die Frau Finanzministerin gefragt, was denn passieren würde, wenn ein zweiter Lockdown käme. Ich zitiere, Zitat Ende. Da kam nichts. Und Sachsen hat ja auch eine Studie an mehreren tausend Gymnasiasten und Realschülern durchgeführt im Frühjahr. Und das Ergebnis war vereinzelt positive Testergebnisse, mehr nicht. Keine Krankheiten, gar nichts. Das sollte sicher auch mit der Rate gezogen werden, wenn man solche Maßnahmen jetzt in Hildburghausen vorhängt. Gut, vielen Dank nochmal. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020